So ein Tastederlöchern Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Freunde und heute müssen wir uns mal vor einem riesen Wasserstrudel retten in Minecraft und wenn es dir gefällt, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Like da lasst, würdest du ein kostenloses Abo, ja also unten rechts Abonnieren drücken und Hashtag Synthami in die Kommentare schreiben würdest und jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Oh Leute, wo bin ich denn hier jetzt schon wieder gelandet? In einem Schneebiom, es ist echt ultra, ultra, ultra kalt, ich wäre auch gerne so ein kleines süßes Schäfchen, Freunde, schreibt mal in die Kommentare oder lasst mal gerne für dieses Schäfchen hier jetzt, ne, ein Schäfchen, ein Like da, das sieht so goldig aus und hat so ein putziges Fell, ne, boi. Äh, das habt ihr nicht gesehen, so, aber irgendwie kommt mir diese Gegend hier, wo ich bin, auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, bekannt vor, wisst ihr, wie ich meine, irgendwie, hier sind so ganz viele Schäfchen, Freunde, oh Gott, sind die putzig, überall Schäfchen, 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 das ist auch ein schönes Steak, was ich jetzt erstmal essen werde gleich, so, äh, Moment, 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 Pilze, hm, Pilze, äh, nehm ich mal mit, die sind auch nicht verkehrt, ein paar, können wir uns ein paar Pilzhuppen machen, Freunde, so, Pilz, ja, es gibt auch noch rote Pilze, warte mal, irgendwoher kommt mir das bekannt vor, Freunde, diese Gegend, ich weiß gar nicht, Freunde, kennt ihr das auch irgendwo hier noch, irgendwoher noch, wartet mal, irgendwie erinnert mich das an, was, Moment, ja, Freunde, da bin ich doch mal gestorben, hier war noch das Jump'n'Run, das heißt, wir sind gerade einfach im Kreis gelaufen, oder was, wirklich jetzt, Och, ne, Freunde, da sieht auch noch eine Diamantsachen, ja, das war tatsächlich, ja, hier war das Jump'n'Run, jetzt seht's, vielleicht schaffen wir es ja jetzt, so, zack, zack, wow, ich schaff's nicht mal, Komm, jetzt, zack, 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 und, Freunde, komm, das schaffen wir doch jetzt mal kurz, das Jump'n', das Jump'n'Run schaffen wir doch, hä? Und, das schaffen wir doch, zack, 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 ja, so, okay, Freunde, wir hätten es jetzt geschafft, wir hätten es Jump'n'Run geschafft, das ist schon mal was, so, und, na, hallo, alles gut bei dir? So, äh, Moment, 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 da, Freunde, seht ihr das da vorne, diese kleine, aber feine Insel, hm, was hat es denn damit auf sich? Ich würd' sagen, wir craften uns mal ganz kurz, wir bauen uns ein kleines, aber feines Bötchen und schwimmen da mal hin, beziehungsweise fahren in dem Fall hin und gucken, was das damit denn hier auf sich hat, ne? So, äh, Moment, 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 perfekt, äh, hier, das bauen wir alles ab, wie viel Holz brauchen wir denn? Hab ich jetzt gar, glaub, fünf Stück, das heißt, das reicht jetzt hier schon, äh, komplett, was wir haben, so, äh, die Pilze, die Siebe, guck mal, Freunde, man sieht die Pilze gar nicht, nicht in der Hand rechts, weil die so klein sind, so, äh, Moment, 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 okay, Eichenholz, zack, äh, Werkbank, sehr gut, perfekt, Boot haben wir gebaut, Freunde, ich mach nochmal ein zweites, Man kann ja nie wissen, Freunde, wenn Unfall, äh, ist, wie der Boot kaputt geht, dann haben wir lieber nochmal eins auf Backup, so, na, gucken, hier schwimmen die Leute schon, es ist auch ordentlich warm, ihr seht, die Sonne, die scheint ordentlich runter, so, und, komm, abspringen, wow, ist jetzt kaputt gegangen, was steht denn da? Alter, ein riesiger Wasserstrudel kommt, rette dich, oh mein Gott, Freunde, was war denn, alter, okay, wir müssen uns ranhalten, wenn jetzt hier so ein Wasserstrudel kommen sollte, ach, du Heilige, okay, wie, 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 wie rettet man sich denn von einem Wasserstrudel, äh, ich würde mal sagen, wir bauen hier mal alles zu und bauen uns quasi so ein kleines Hütchen hier, Freunde, wie rettet man sich von einem Wasserlochstrudel, wisst ihr, wie ich meine? Okay, Freunde, es ist wichtig, dass wir jetzt Ruhe bewahren, das ist ganz, ganz wichtig, das ist, wir bauen erstmal so eine kleine Plattform hier, so, zack, 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 sehr gut, Moment, hier geht's weiter, sehr schön, perfekt, Freunde, so, zack, 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 ja, also, das ist schon mal auf einem guten Weg hier, perfekt, Freunde, ja, bauen wir das noch ab, herrlich, so, zack, 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 so, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich mich da irgendwie retten kann von so einem Loch im Wasser, außer, dass ich an Land gehe, aber das ist ja nicht die Aufgabe, Freunde, dann wäre es ja nichts Besonderes, dann könnte das ja jeder machen, aber die Aufgabe haben wir ja nur wir bekommen, so, okay, ich würde sagen, wir bauen das so ein bisschen höher, wie so eine kleine Ritterburg, wisst ihr, wie ich meine? so, äh, Moment, 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 herrlich, Bruchstein nehme ich hier mit, so, äh, Moment, so, Freunde, herrlich, komm, perfekt, Stein nehme ich hier mit, sehr gut, so, Bruchstein, 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 so, Freunde, herrlich, also, das haben wir schon mal jetzt richtig gut, äh, gemacht, wenn man das so sagen kann, das ist halt jetzt erstmal ein fetter Klops, das, äh, steht schon mal fest, am besten tue ich das Ganze hier auch noch mit so einem Ding von unten versiegeln, wisst ihr, wie ich meine, Freunde, das heißt, wir bauen hier so quasi alles zu, sehr schön, dass so ein bisschen mehr Stabilität reinkommt, das werde ich gleich noch hier in der Mitte mit dem großen Teil verbinden, ne, so, kurz aufatmen, Puh, Freunde, das war knapp, so, Cobblestone haben wir jetzt hier, den bauen wir ab, der stört hier nur, Freunde, der ist hier nur am stören, so, herrlich, äh, Moment, 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 äh, hier entlang noch, so, und, ganz kurz tief, Luft holen, ja, haben wir, und, zack, 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 Freunde, dann ist das hier auch ein bisschen alles stabilisierter, stabiler, kann man das sagen? Stabiler, Freunde, trifft es, glaube ich, ganz gut, so, äh, Moment, und eine kleine Treppe zum Hochgehen wäre, glaube ich, auch mehr als angebracht, ne, so, zack, jetzt geht's hier hoch, wir tun das alles hier auch wieder so zubauen, ne, so, zack, 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 Okay, Freunde, ihr seht, die Sonne geht langsam unter, das ist dann immer so unser Zeichen, ja, jetzt sollten wir da langsam schlafen gehen, am Morgenfrühe kommt dann die, die Überraschung, wisst ihr, wie, also, die negative Überraschung, in der Hinsicht jetzt mal, Freunde, ne, so, zack, hier haben wir eigentlich alles, so, zack, Freunde, zack, Freunde, und, zack, Freunde, sehr schön, perfekt, das haben wir alles hier schon mal Schön unter Dach und Fach gebracht Und ich würde sagen, wir machen es noch ein bisschen höher Dass wenn irgendwie Wellen kommen sollten Das ist ja Nicht unwahrscheinlich Dass wir da auch gegenüber geschützt sind So, da kann man ruhig Da muss man nicht an den Blöcken sparen Da kann man ruhig nochmal ein nach oben gehen So, zack, 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 zack Zack Geht das hier weg? Ja, das geht weg, herrlich So Und So, okay, da braucht man wirklich nicht mit den Blöcken sparen Das sollte reichen Und jetzt So Haben wir eigentlich alles Ich gucke nochmal so alles an Sieht eigentlich alles relativ gut aus Mach jetzt hier alles nochmal zu Hier oben Das kleines Dächle Man muss es ja nicht drauf anlegen, ne Freunde So, das Dach müssen wir echt noch machen Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht Weil Oh Da gewittert es gerade Ist es bei mir oder ist es im Spiel? So Äh, Moment Machen wir hier alles weg So Herrlich, Freunde Jetzt sollten wir eigentlich alles haben Glas Wäre natürlich auch nicht verkehrt Aber naja Freunde Würde ich sagen Legen wir uns jetzt hin Macht's gut Und gute Nacht Oh Guten Morgen, Freunde Warum ist denn hier so ein Schein? Ich habe doch alles zugedichtet Wow War hier jemand? Wir gucken mal Ob irgendwas ist So Hä? Was ist das, Freunde? Ist das der Strudel? Sie Was ist das für ein Zeug, Freunde? Ach Du Heilige Guckt's euch das mal an Ne Was ist Das denn, Freunde? Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist Aber Es macht mir Angst Es Was ist das? Ich tue mal kurz so einen Stein und Freunde Der geht Hä? Was Ist das? Ist es der Strudel? Wartet mal, Freunde Ich bin Was passiert denn mit dem Zeug hier? Das verbrennt Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße, Freunde Mal gucken, was mit unseren Blöcken hier jetzt passiert Sind die einfach weg? Hä? Freunde Wartet mal Ich muss mal hier leicht gucken Was hier passiert so Äh What the hell Is this? Freunde, ich weiß nicht Was da jetzt passiert Auf jeden Fall kommen wir hier nicht mehr weg Wir kommen hier nicht mehr weg Und es geht Ach du kack mal, wie weit es geht, Freunde Kann man da ein Boot reinsetzen? Ich will es gar nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin, aber Wow Ne, Freunde Das Boot ist Weg Wir sind gefangen Wir kommen hier nicht mehr weg Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Seht ihr auch diese Blöcke, die über Irgendwie überlebt man sich, glaube ich Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung Wir probieren es einfach mal Und gehen mal hier ins Wasser Und Nein Hä? Freunde, was ist das? Wenn wir hier dringend Sterben wir einfach Oh mein Gott Wir müssen irgendwie hier raus Schnell, schnell, schnell Nein Freunde Guckt euch das mal an Was Ist das? Oh mein Gott Freunde Alter Okay Ich würde sagen Wir gehen weg Sonst stellen wir hier noch das öfteren Oh mein Gott Und da würde ich sagen Was ist mit dem heutigen Video Wenn es euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Wenn du ein Like da lassen würdest Mach es gut Bis zum nächsten Video Und ciao Ciao